Das heutige Horoskop, Löwe, 18. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Um Sie herum tobt die Jahreszeit der Sonnenfinsternis. Tatsächlich könnte man das Gefühl haben, durch ein Kriegsgebiet zu gehen und nicht sicher zu sein, ob es dort Landminen gibt. Wann immer die Finsternissaison beginnt, geschieht dies einen Monat vor der ersten Finsternis und dauert bis einen Monat nach der letzteren. In dieser Zeit werden bestimmte Wendepunkte, Veränderungen und Ereignisse ausgelöst, die Neuanfänge und Neuanfänge, aber auch gewaltige Enden und Zusammenbrüche mit sich bringen, die Ihnen den Atem rauben könnten. Wisse, dass du dich im Auge des Sturms befindest, gerade auf halbem Weg. Seien Sie auf Ihrem beruflichen Weg endlich. Idealerweise möchten Sie auf Ihrem Karriereweg alles tun, denn es ist beeindruckend, in Ihrem beruflichen Umfeld eine drei- oder vierfache Bedrohung zu sein. Möglicherweise müssen Sie jedoch Ihre natürlichen Stärken ausspielen, um Ihren beruflichen Weg zu ebnen, wenn der Mond im Skorpion im Gegensatz zum rückläufigen Jupiter im Stier steht. Wenn Sie überaus erfolgreich sein wollen, müssen Sie möglicherweise auf Nummer sicher gehen und sich auf die entschlossenen Stärken und Talente konzentrieren, die Sie bekannt machen. Seien Sie bei Ihrer beruflichen Laufbahn genau, anstatt zu versuchen, alles zu machen. Zu wissen, dass der Asteroid Juno, die Königin des Engagements, morgen bis August 2024 in ihren Einkommensbereich zurückkehren wird, gibt Venus das Selbstvertrauen, sich höhere Ziele zu setzen und mehr zu erwarten, während sie ihren letzten vollen Tag hier alleine verbringt. Während Venus als Planet des Geldes zurückgekehrt ist, um die lukrativsten Wochen des Jahres 2023 zu beginnen, bedeutet das Wissen, dass Juno auf dem Weg ist und bleiben wird, dass Sie mehr als nur niedrig hängende Früchte anstreben können. Die Positionen der Planeten erzeugen eine günstige Energie und flüstern Ihnen ermutigende Gedanken ins Ohr. Sie können das Potenzial spüren, dass dies für Ihr körperliches und emotionales Leben bedeutet. Was Sie für Ihren Körper tun, wird sich heutzutage direkt auf Ihr Gefühlsleben auswirken, im Guten wie im Schlechten. Achten Sie darauf, welche Rolle Ihr Geist bei der Aufrechterhaltung Ihres Körpers spielt und wie Ihr Körper dabei hilft, Ihre Emotionen im Einklang zu halten. Ein regelmäßiges Training sorgt dafür, dass Sie zuhören. Dies ist ein Tag, der Deine Stränge unterstreichen wird, mein Lieber. Ihre Intelligenz wird heute sehr konkret sein und Ihr Organisationstalent ist von seiner besten Seite. Wieder einmal werden Sie wissen, wie Sie eine perfekte Übereinstimmung zwischen Pflichtbewusstsein und Opferbereitschaft herstellen können. Vielleicht verwirklichen Sie eine Aktion, die für die Öffentlichkeit nützlich ist, indem Sie nach Möglichkeit jemanden besuchen, der krank ist, oder Freunden oder der Familie helfen. Nichts wird Sie davon abhalten, zu handeln, und zwar zum Wohle aller. Noch bevor sich der Mond heute in Ihrem Heim- und Familienbereich dem Mars anschließt, liegt ein stärker Fokus auf der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Da Pluto in Ihrem Arbeitsbereich wieder in direkter Bewegung ist und eine vielversprechende Allianz zwischen Venus an der Einkommensseite und Jupiter an der Karrierefront besteht, haben Sie in diesem Berufsjahr einen entscheidenden Punkt erreicht. Doch vier Tage, nachdem der Mars zum ersten Mal seit zwei Jahren zurückgekehrt war, um den Fokus auf Zuhause und Familie zu richten, ist der Mond zurückgekehrt, um sich für seine Sache einzusetzen. In den nächsten sieben Tagen wird der Mond nicht nur seine monatlichen Besuche in ihrem Romantik- und Beziehungsbereich abstatten, sondern eine Woche nach Venus hat der Planet der Liebe dem Löwen die Chance gegeben, die romantischen und Beziehungswünsche und Erwartungen, die er Ihnen hinterlassen hat, zu bestätigen und zu festigen mit. Da dies mit der Arbeitswoche konkurrieren muss, könnten die heutigen Erinnerungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nicht besser abgestimmt sein. Täglicher Planetenüberblick Die Ausrichtung des Skorpionmonds und der gegensätzliche Einfluss des rückläufigen Uranus im Stier versprechen einen Tag voller unerwarteter Wendungen, voller Aufregung und manchmal unberechenbarer Emotionen. Diese himmlische Konfiguration lädt uns ein, die Dinge aus einer neuen Perspektive zu betrachten, was dazu führt, dass unsere Gefühle auf- und abgehen und einen Hauch von Unvorhersehbarkeit erzeugen. Um diesen Tag erfolgreich zu meistern, ist es wichtig, mit dem Strom zu schwimmen, anstatt den energischen Gezeiten zu widerstehen. Akzeptieren Sie die Impulsivität und das gelegentliche Drama, und Sie können auf der anderen Seite mit neu entdeckter Freude in Ihr Leben treten. Auch wenn Sie davon überzeugt sind, dass Ihre Sichtweise die einzig richtige ist, ist Ihre Bereitschaft, Hilfe anzubieten, selbst wenn andere zögern, Ihre Vorschläge anzunehmen, bewundernswert. Zu gegebener Zeit wird klar, wer Recht hatte, aber dieses Verständnis schützt Sie möglicherweise nicht davor, sich missverstanden oder zu Unrecht kritisiert zu fühlen. Es ist wichtig, während der Diskussionen keine negative Haltung einzunehmen, da eine solche Reaktion zu zukünftigem Bedauern führen könnte. Erwägen Sie stattdessen Aktivitäten wie Laufen oder Radfahren, um sich zu entspannen und aufgestaute Spannungen abzubauen. Wenn Sie sich ohne klaren Grund ungewöhnlich angespannt fühlen, ist es ratsam, dies als einen vorübergehenden emotionalen Zustand zu akzeptieren, anstatt über die Ursache nachzudenken. Nehmen Sie Meinungsverschiedenheiten nicht zu ernst, wenn Sie etwas Falsches sagen, kann eine aufrichtige Entschuldigung Wunder bewirken, da die meisten Menschen wissen, dass schlechte Laune genauso schnell vergeht, wie sie auftritt. Während sich der Mond darauf vorbereitet, morgen in Ihren Finanzsektor einzutreten, markiert er einen wichtigen Zeitpunkt in Ihrem monatlichen Finanzausblick. Obwohl solche Ereignisse zur Routine gehören, ist dieser besondere Besuch von Bedeutung, da er der letzte ist, bevor die erste planetare Aktivität des Jahres in Ihrem Finanzbereich beginnt. In dieser bevorstehenden Phase liegt der Schwerpunkt darauf, wie Sie Ihre Finanzen verwalten und nutzen. Es ist wichtig, wachsam und aufgeschlossen zu bleiben, da dies den Beginn einer kritischen Finanzphase markiert. Himmel für heute Während Pluto in Ihrem Finanzsektor in seine neue direkte Phase eintritt und Ihnen ein neues Gefühl der Zuversicht für die Zukunft vermittelt, kommt es gleichzeitig zu einem Aufschwung an der Arbeitsfront, der Ihre allgemeine finanzielle Sicherheit weiter stärkt. Auch wenn dies normalerweise eine ruhigere Zeit im Finanzkalender ist, zeichnen sich verschiedene Entwicklungen ab, sodass Sie mit Gewissheit auf die letzten Monate dieses Jahres und die Aussichten für 2024 blicken können. Wenn es um finanzielle Angelegenheiten geht, ist es ratsam, den Rat anderer einzuholen und zu befolgen, nicht weil Ihr Glück unzuverlässig ist, sondern weil Ihre Erkenntnisse unglaublich nützlich sein können. Experten auf diesem Gebiet können Ihnen verlockende Finanzprodukte und Lösungen präsentieren, wenn Sie mit Ihnen ins Gespräch kommen. Dieser Grundsatz erstreckt sich auch auf andere Finanztransaktionen und Akquisitionen. Auch wenn Sie durchaus in der Lage sind, alleine zurechtzukommen, kann die Zusammenarbeit mit anderen zu noch günstigeren Ergebnissen führen. Ihre angeborene Ausgeglichenheit und eine ausgebogene Ernährung sind entscheidend für die Pflege Ihres Geistes und Körpers und fördern Ihre allgemeine Stärke. Nutzen Sie die Energie, die Sie besitzen, um Ihre Mitmenschen zu beeinflussen und zu inspirieren. Vermeiden Sie Isolation und versuchen Sie stattdessen, Ihre Freunde zu begeistern und zu motivieren. Auf diese Weise werden Sie die große Freude an sportlichen Aktivitäten entdecken, wenn Sie sie mit anderen teilen, was das Erlebnis noch angenehmer und erfüllender macht. Zur gleichen Zeit, in der Pluto seine erste volle Woche in direkter Bewegung in ihrem Einkommensbereich beginnt, verbringt Venus, der Planet des Geldes, seinen letzten vollen Tag allein in ihrem Karriere-Sektor. Dies ermöglicht es Venus, sich mehr auf das Geld zu konzentrieren, während sie daran arbeitet, die verbleibenden Monate dieses Berufsjahres in eine lukrative Richtung zu lenken, gerade als Pluto die Einkommensbremse gelöst hat. Es ist die morgige Rückkehr des Asteroiden Juno in ihren Karrierebereich, die ein neues Gefühl der Entschlossenheit hervorrufen wird.